Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video soll es mir nicht um Gameplay-spezifische Sachen gehen, sondern um eine eher allgemeinere Frage, weil ich oft gefragt wurde, wie ich eigentlich meinen Namen geschrieben habe. Ich habe da, wie man links oben sieht, I am über meinem Pain Nico drüber stehen und ich möchte jetzt einfach mal in einem kurzen Video erklären, wie das eigentlich geht und was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt, weil viele einfach keine coolen Ideen für Namen haben und dann ins Leaderboard schauen und da haben Leute voll die Kunstwerke drin und ich möchte es einfach mal zeigen, wie man das eigentlich macht. So, wir sehen hier eine komplett mit Werbung zugepackte Seite, die heißt messletters.com und mit der Seite habe ich meinen Namen geschrieben. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das ist jetzt nur eine ziemlich leichte. Man gibt einfach bei Google ein Buchstaben übereinander schreiben und das ist so das zweite, was kommt. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Man kann jetzt hier bei dem Top-Text quasi eingeben, in dem Fall jetzt I am. Darunter könnte ich jetzt schreiben Pain Nico und dann hätte ich schon meinen Namen. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Ich habe Pain Nico oft versucht, aber es gibt auch viele Sachen, die nicht klappen. Aus dem simplen Grund, dass ein N, das eben groß ist, zu hoch ist, da werden Sachen höher drüber geschrieben als über einen kleinen Buchstaben. Ein großes N wird immer zwischen die Wörter oder zwischen die Buchstaben gesetzt. Alle Buchstaben, die höher oder tiefer sind als normale. Also ein P, ein L, ein K, ein Q oder so, ein kleines. Das macht dir alles deinen Namen kaputt. Das ist alles schwer zu verwenden. Ich würde empfehlen, wenn man sich so einen Namen machen will, dann nicht übereinander schreiben, sobald man ein K oder so hat. Also dieses Pain übers Nico ist eine Vollkatastrophe, deshalb habe ich meinen Pain hier unten mit reingeschrieben, weil Pain in dem Fall einfach alles auf einer Höhe ist. Da kann ich einfach drüber schreiben. Na gut, das P ist ein bisschen höher, aber es ist ungefähr auf einer Höhe und dann ist das alles clean. Was man da jetzt machen will, ist einem selbe überlassen. Da muss man viel rumprobieren. Ich habe noch einen anderen Tipp. Wenn man hier unten schon was hat und hier oben noch was draufstehen haben will, das ist jetzt so durch, durch das Wort, kann man mit der Leertaste das einmal verschieben und gucken, wo es nice aussieht. Man kann es dahinter verschieben. Man kann es theoretisch davor verschieben, indem man das den unteren Text ein bisschen nach rechts verschiebt. Da kann man ganz viel machen und rumprobieren. Vielmehr letztendlich macht es einem selbe überlassen, aber die Idee ist gegeben. So, das war jetzt wie man den Buchstaben übereinander schreibt. Viele haben aber auch einfach irgendwie einen mit Zeichen gemachten Emoji drin oder eine schöne Schriftart und dafür habe ich Fonds. Das ist einfach eine App, die einfach irgendwelche Tastaturen anbietet, verschiedene Schrifttypen und so. Da kann man sich ausleben. Da gibt es ganz coole Sachen. Diese Schrifttypen kann man leider alle nicht übereinander schreiben. Das geht nur mit den normalen Buchstaben, aber ich meine, immerhin geht es überhaupt. Da beschwert man sich nicht. So, ich habe jetzt hier die Fonds-Tastatur aktiviert und habe jetzt hier ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier diese komischen, was auch immer das sein soll. Braucht kein Schwein. Aber es gibt ziemlich coole Schriften, also Typewriter, was weiß ich. Outline finde ich ziemlich cool. Es gibt dieses Serif und es gibt mehr so geschnörkeltere Sachen. In dick, in dünn. Man kann Small Caps haben. Man kann so tiny und hochgestellt schreiben. Comic. Da geht ganz schön viel. Auch diese Sachen, aber die sind einfach hässlich. Dieses Gothic finde ich ganz cool. Also, so habe ich meinen Namen fast genommen. Man kann theoretisch sogar upside down schreiben. Da geht wirklich viel. Es soll nur eine Idee sein. Ich wollte es nur ganz kurz zeigen. Ich wurde es oft genug gefragt und da sieht man einfach ein paar Möglichkeiten, die drin wären. Dann hat nicht jeder den selben Namen. Fantastisch wäre, wenn jetzt nicht jeder meinen Namen kopieren würde. Aber dieses IM ist eh ziemlich gängig und das ist eigentlich auch einfach cool. Also macht es, wie ihr wollt. Ich wollte es nur mal zeigen und einfach mal vorschlagen, was da alles geht, dass nicht jeder einfach nur, keine Ahnung, was weiß ich, Nico heißt in meinem Fall jetzt. So, es gibt jetzt aber relativ oft das Problem, wenn man jetzt hier einen Namen hat, ich tippe jetzt keinen ein, aber wenn ich jetzt hier was übereinander schreibe mit so mehreren Buchstaben oder mit einer geschnörkelten Schrift oder was weiß ich. Es gibt oft das Problem, dass man dann davor oder danach ein Emoji haben will, weil man in der Gilde ist, weil man ein Erkennungszeichen haben will oder irgendwas. Das geht oft nicht gut. Also, wenn ich da jetzt was übereinander geschrieben habe, was vier Buchstaben breit ist oder so, dann kann es wirklich sein, dass davor oder danach kein Totenkopf mehr geht, weil die Buchstaben irgendwie als viel mehr gewertet werden. Darf man sich dann nicht direkt verrückt machen lassen, mit ein bisschen rumprobieren geht's. Zum Beispiel diese Font-Tastatur. Wenn ich jetzt hier die Emojis benutze, dieser Totenkopf verbraucht viel mehr Platz, habe ich gemerkt, als einer von der normalen Tastatur. Nur so als Tipp, wenn ihr die versehentlich aktiviert habt, deaktiviert die, um Totenköpfe hinter euren Namen zu machen oder irgendwelche anderen Emojis. Das macht alles kaputt. Man muss da dann echt lang rumprobieren, man braucht ein bisschen Geduld, aber irgendwann findet man einen ganz coolen Namen, der dann auch da reinpasst. Castle Clash es einem echt nicht leicht macht, aber es ist alles machbar. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal mit dem Video ein paar Leuten geholfen und die Frage geklärt, wie viele ihre Namen machen. Ich hoffe, dass ihr da auch auf ganz coole Ideen kommt und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis denne.